Hallo, ich bin's wieder, eure Testa Nessa. Ich habe heute einen weiteren Quick-Tipp für euch und zwar wie finde ich die richtige Farbe von der Foundation. Oft testet man ja die Farbe von der Foundation auf seinem Handrücken. Ich habe mir jetzt auch gerade mal drei Farbtöne aufgetragen, einen dunklen, einen mittleren und einen hellen und wie ihr seht, würde man glauben, dass die äußere am besten zu meinem Hautton passt. Es ist aber falsch, es ist die mittlere und diese erste ist zu hell. Ich möchte euch hiermit einmal sagen, bitte testet die Foundation nicht auf eurem Handrücken. Die Hände haben immer eine andere Farbe als das Gesicht. Die Stelle, wo ihr das Make-up testen solltet, zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, ist die richtige Körperstelle, um die Farbe zu testen. Der Hals, der Übergang vom Gesicht zum Hals hinab. Man sieht, die erste ist viel zu hell, auch wenn ich sie verblende. Die letzte ist viel, viel zu dunkel und die in der Mitte passt einfach genau perfekt zu meinem Hautton. So funktioniert es, so ist es leichter und ihr werdet hoffentlich nicht mehr zur falschen Farbe der Foundation greifen. Also um die richtige Foundation-Farbe zu finden, testet bitte nicht mehr auf dem Handrücken, sondern verwendet den Hals. Da findet ihr auf jeden Fall die richtige Nuance.